Wer von euch Spaßvögel mich auch immer nach Mount Ormond geschickt hat, ich werde dich finden, vernichten und dann deine Mutter schwängern. Herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight, auf der Map der großen Freude. Hallo, wie geht's denn so? Grille Vielmann, Alter. Claudia, Vorsicht, das ist der Stein der Sicherheit. Aber der schwindelt manchmal. Oh oh, how unfortunate. Oh oh, how unfortunate. I know how much you like to fight, so I add another problem to your own height. Ladies and ladies, do you have a moment to talk about our Lord and Savior Jesus Christ? Ich meine, Jui! Pass auf, da ist ein Verrückter mit einer Kettensäge. Der will dir eins Leder. Leder, du! Aua! Das war meine Unterlippe. Ist sie nicht gezeichnet genug? Ja, das kannst du auch vollknicken, dass ich mit dir in das Freudenhaus von Ormond renne. Leck mir deine Füße. Danke für das Angebot. Ich weiß die Großzügigkeit zu schätzen, aber ich passe. Nenn mich tun, wie ihr wollt, aber wir sind auf Ormond, Alter. Nettigkeit ist vorbei. Habt halt Pech. Ich meine, ich hab sie jetzt halt auch gefunden, ne? Hinterlässt sie überall Scratch Marks, Alter. All over the place. Pass auf. Okay. Awkward, Alter. Sie hat mich gemeint-trickt, Leute, mit ihren 5 Milliarden IQ-Strategien, Alter. Die hat da absichtlich diese Kiste platziert. Ich sag's nicht. Das hat die alles geplant. Und jetzt, in diesem Moment, bricht meine komplette Welt zusammen. Ich hab doch... Ich wusste, ich hab was gehört, Alter. So kleine Tippelschritte hinter mir, ja? Nice left-right safe. Nia. Richtig cool. Du hast mich... Kannst du dich noch an den Moment erinnern, Nia? An dem du mich geblendet hast? Es war ein Fest für dich. Und dann seid ihr alle rausgerannt. Aus den Exit-Türen. Und habt euch kaputt gelacht, Alter. Ach, das waren noch Zeiten. How unfortunate. Das! Das war's. Das war's mit euch. Oh, hi. What? Komm, Billy. Dich ein bisschen anstrengen. Nicht erträg halt der Masse. Weihnachten ist schon lange vorbei, Alter. Die Kilo musstest du wieder runterhaben. Ich könnte jetzt... Tue ich's. Hatte ich sie vom Safe ab? Ich tue's mal. Ich nutze mal den Pressure Point. Zumindest sie hier. Ach, wir lieben Scratch Marks of Ormond. Loll. Wait. Ja, hinter der Tonne, Alter. Die mit der Tonne tanzt, Junge. Okay, ich regne. Hummermeyer, Hummermeyer. Wir lieben Scratch Marks of Ormond. Die ist einfach weitergerannt, der Psycho. Guten Tag. What? Sie war auf der anderen Seite? No way. No way. Holy shit, Alter. Am Ohrläppchen habe ich noch angekantet. Die Kate liegt da immer noch? Oh, boy. Jui, oder wer das ist? Wird schon wissen, wie sie heißt. Ach, das ist hier. So. Oh. Jui. Komm her. Reicht mir mit dir. Dir und dein Mätzchen. Ja, ja, ich weiß. Es ist entsetzlich. Aber weißt du was? Wir sind auf Ormond. Was kann schlimmer sein? No, no, no. No, 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 no. Finger da weg. Die gehört mir. Das sind meine Mädchen. Ich beanspruche die. Ich habe da Anspruch drauf. Kannst du vergessen. Ich weiß, dass die andere hier ist. Ui, 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 ui. Oder Claudette. Hm. Ich renne nicht in das Haus. Das könnt ihr absolut knicken. Das könnt ihr voll vergessen. Es ist Schluss mit Nettigkeit. I don't care, Alter. I don't fucking care. Liegt halt allem gerecht, Alter. Jetzt ist sie noch. Wie scheiße. Die haben mich nach Ormond geschickt. Ich dachte nur. Ich kann damit umgehen. Dankeschön. Viel Spaß mit deinem Timer. Ach. Ich kann damit umgehen. Aber auf meine Art. Okay. Dann spielen wir das halt. Ihr wolltet die Map spielen. Dann machen wir das. Holy shit. Die Eier. An der Claudette, Alter. Werds vermutet. Der hat doch einfach das Fenster. Na, da hättest du sie gekriegt. Hm. Ja, das hätt ich durchaus besser spielen können. Touche. Jetzt was. Das ist ne Ecke. Hier ist nix. Holy shit, Alter. Die mit der Tonne tanzt. Das war sie wieder. Humamaya, humamaya. Okay, das Jungle Gym ist aber eliminiert. Boah, jetzt muss ich doch da rein, Alter. Ich hätt den Daumen vor 5 Minuten bekommen müssen. Oh, das ist ne Prachtpalette, Alter. Profi Select. Yeah. Hm. Hm-hm. Flashlight safe. Hm. Hm-hm. Oh, leck du Miofe, du Grande, Alter. Ich säg dich. Du Spaßvogel. Okay, wir können hier den ganzen Tag stehen. Ich säge dich. Jetzt hat die Head on, Alter. Ich glaub's nicht. Äh. Aua. Hahaha. Ah-ha. Autschi. Womit hab ich das verdient? Ihr denkt alle, ich respektier einen Scheiß hier, ne? Tue ich aber nicht. Oh. Oh-oh. Oh-oh. How unfortunate. Ui. Manche Paletten muss man einfach nicht zerbrechen. Ist manchmal besser, wenn man es nicht tut. Wir werden trotzdem alle vernichtet werden. Ich sag's euch. Das ist jetzt die offizielle Ankündigung, Alter. So ein Regierungs-Presse-Center. Ja, grüß Gott. Ihre Frau, Jui. Ich weiß. Es tut weh. Ah, ist gleich vorbei. Legt euch alle auf den Boden. Und dann können wir hier ganz schnell raus. Und dann können wir hier ganz schnell raus. Oh-oh. 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 Bitte tu es. Danke sehr. Die suckt nämlich. Die kannst du nämlich liegen lassen. Die ist halt eine Bedrohung, solange sie steht. Aber wenn sie unten ist, dann kannst du die sehr gut ausspielen. Wenn das so die einzige Option ist für die Survivor. Nur einer an Barbecue und Chili? Ein Schelm, wer Böses denkt. Hallo. Good day. Ich hasse diese Tiles, Alter. Hier sind zwei, Leute. Hier. Weißt du noch, wurde mich geflasht? Ich saved das? Ich kann mich erinnern, als wär's vor fünf Minuten gewesen. Erzähl die Geschichte immer wieder. Ach, guck mal hier. Dein Lieblingshaken, Alter. Den kennst du doch schon. Das wird der Untergang sein. Oh, war's tatsächlich, Alter. Ich dachte, sie hätte noch einen. Fuck. Das Haus der Lust, Alter. Da kannst du vergessen. Leck mich. Du kannst mir auch die essen. Komm, komm. Bring's über dich. Komm. Yeah. Ich mach dich tot, Alter. I don't care. Warte, da ist jemand. Oh, oh. Oh, oh. Spielst du die Prachtpalette? Machen wir das? Ich zerbrech sie nicht. Vergiss es. Hi, 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 hi. Und jetzt war's. Jetzt hast du kein DS mehr. Und nun? Keller wäre auch so eine Möglichkeit. Aber ich weiß, ist sie tot? Sie hingen schon zweimal, ha? Ja. Nützt mir jetzt Keller nicht so viel. Hallo. Ah, ich glaube hier, hier habe ich eben die Nia gekillt. Ja, ja. Hier ist, glaube ich, keiner mehr. Oder? Ach, Wispos ist auch aus. Ich vollidiot. Auch meine Perks gucken. Ich höre es doch. Wir sind Frechlichkeiten zu Ohren gekommen. Oh Mann, Alter. Holy shit. Ihr mögt diese Palette, ne? Das ist eure Lieblingspalette. Hm. Oh, Clothet. Hast du versucht, mich zu mit Lothacken? Hast du nicht gewusst, dass ich der Unwindotech-Ware bin, Alter? Hast du nicht von der Legende gehört? Des einen, der noch nie gewindotecht wurde. Bam. So, nun, nun was? Was jetzt? Hat sich da hinten jemanden gesehen? Ist hierzu für nicht jemand? Ne. Der Jen regresset immer noch. Tja, ihr Kinderleiden. Spaß auf Ormond, Alter. Ne, ich nehme dich. Komm, wir gehen zum Stein der Sicherheit. Das ist mein Schrank. Das kannst du jetzt mal essen. Jetzt bin ich dran, Baby. Das ist jetzt halt die Frage. Hm. Hm. Oh, da ist Hedge. Good to know. Wie mache ich das jetzt? Ich muss darauf warten, bis die gesaved werden. Und dann... Tiny Scratch Marks. Hier ist irgendwer. Ganz blass. Oh. Guten Tag. Eine fabelhafte Rettungsaktion. 11 von 10, würde ich sagen. So, jetzt muss ich halt ein bisschen gucken. Die Clodette, die ich gerade gedauert habe, weiß auf jeden Fall, wo die Hedge ist. Die hat da drinnen rumgehangen. Ich hoffe, es ist nur ein anderer Haken in der Nähe. Schaffe ich das? Sie hat sich am Haken umgebracht. Komm, wir gehen nach Amsterdam. Ich weiß, dass ich dich hier nicht halten kann. Ich mache das erst, Alter. Nettigkeit ist vorbei. Ich habe es euch gesagt. Ihr wolltet Ormond spielen. Ich habe damit kein Ding. Aber dann auf meine Art. So. Jetzt ist ja egal, ob sie rausbricht. Es war halt nur... Ich hätte es wahrscheinlich zu dem Haken nicht mehr geschafft. Ja, genau. Das wäre nichts mehr geworden. Ich meine, sie hat jetzt so ein bisschen... Ein bisschen Fortschritt gekriegt. Ja, I don't care, Alter. Die hat meine Unterlippe stark beschädigt. Das werde ich euch nie verzeihen. Ach, der Keller war ja im Schreck. Er war gar nicht in dem großen Gebäude. So, jetzt raus hier. Ich will raus. Genug davon. Warum ich diese Map hatte? Weil man Scratch Marks so scheiße sieht. Und das wirklich pain ist, jemanden zu jagen. Und noch dazu, dass diese Map so fucking viele Save-Paletten hat. Und Strukturen. Das ist der Kracher. 6-skilled M1-Dill. Tunneling. Es ist ein tha Wood-Forks nennt. Der Kracher hat sechs heading einzuschuld. Ich will denen das thunder сделать. Ja. Und dann ging es gerät. Das ist der Junge weg. Die ist nötig. Was ist das? Du hast kein Skill als Billy, wenn du deine Maustaste 1 benutzt. Darüber reden die sich gerade auf. Stellt euch das vor. Stellt euch das einfach vor, dass sie es kacke finden, dass ich Maustaste 1 benutze. Stellt euch das einfach mal nur kurz vor. Und die töten dich. Vergiss das nicht, dass sie dich getötet haben. Oh mein Gott. Was für ein Vollidiot eigentlich. Nice, Mann. Nice. Wie kann man sich selbst nur so lächerlich machen, Alter? Ja. Ja.